Ich kann das nachgucken. Hier sind es minus 16 Grad. Und hier sind es 8 Grad. Diese zwei Meter machen 24 Grad Unterschied. What the fuck? Okay. Kein Problem. Was ist dahinter, dass es so eisig ist? Wenn hier kein Eis drin ist. Wenn das keine Truhe mit Langnese ist, dann weiß ich auch nicht.